Einen wundervollen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zurück zu Assembler. Heute geht es um Inline-Assembler. Hat nichts mit Inline-Fahren zu tun, eher was damit zu tun, dass ihr Assembler-Code in C direkt schreiben könnt. Und das ist super hilfreich, A zum Üben und B vor allem zum Optimieren. Denn ja, gehen wir mal kurz den normalen Ablauf eines Optimierers in eurem Stadium jetzt gerade durch, der noch keinen Inline-Assembler kann. Also jemand, der Code optimieren möchte und das auf Assembler-Ebene kann, aber noch keinen Inline-Assembler kennt. Das heißt, was ihr erstmal macht, ist, ihr schreibt euren C-Code, dann generiert ihr daraus Assembler und den manipuliert ihr und dann produziert ihr daraus wieder eine ausführbare Datei. So, Problem ist, wenn ich jetzt irgendwas an meinem C-Code ändere und das wird häufig passieren, dann muss ich nochmal meine komplette Arbeit in Assembler von vorne machen. Denn der Assembler-Code hat sich ja geändert. Und ja, das ist ein Riesenproblem, deswegen macht das keine Sau. Deswegen schreiben alle eigentlich Inline-Assembler, was dann direkt einfach eingebettet wird. Also sehr viel einfacher und eigentlich super simpel. So, wir fangen direkt mal an. Also gut für Reverse Engineering. Es bringt euch so viel, dass ihr super gut hier mit Assembler lernen könnt und auch super gut sehen könnt, was eigentlich damit gemacht wird. Und diese ganzen, naja, komischen Sachen hier, die man eigentlich so nicht braucht, die könnt ihr ignorieren und könnt dann auf Assembler-Ebene direkt sehen, ah, okay, das macht das, das macht das und so weiter und so fort. Super zum Lernen also auch. Und das würde ich euch auch wirklich ans Herz legen. Okay, wir fangen direkt mal an. Und zwar, wir haben hier ein mehr oder weniger leeres C-Dokument. Das heißt, wir haben hier erstmal Standard Input Output inkludiert. Jetzt, dann haben wir eine leere Funktion, die aktuell nur 0 zurückgibt. Und die wollen wir natürlich irgendwie ein bisschen geiler haben. Das heißt, wir wollen hier drin Assembler-Code schreiben. Und das machen wir mit asm, ups, asm, Klammer, Klammer, Semikolon. Fertig. Und super geil eigentlich. Also das ist es auch schon. Damit könnt ihr Assembler schreiben. Jetzt gilt das folgendermaßen. Jeder Befehl in Assembler muss ein String sein. Das heißt, ich kann hier sowas schreiben wie Movel $1 in Prozent EBX zum Beispiel. Achtung, wird nicht funktionieren. Hinten dran immer Achtung, Semikolon setzen, ganz wichtig. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man jetzt hier das alles so machen muss. Ich meine, wenn wir uns hier das mal angucken, wir mussten hier nirgendwo ein Semikolon setzen. Und es wird sich noch eine Kleinigkeit verändern, aber das ist, glaube ich, in Kauf zu nehmen. Liegt daran, dass man eben auch erkennen muss, wie viele Assembler-Statements sind das jetzt. Weil wir hier natürlich direkt mit dem nächsten String einfach weitermachen könnten und so weiter. Wo wir gerade dabei sind, einfach das nächste Statement. Wir mobilen $2 in Prozent EBX. Und ja, zum Beispiel. Und das führen wir jetzt einfach mal tatsächlich aus. Wir gccn das Ganze. Und ich habe jetzt hier keine Output-Datei angegeben. Das heißt, wir werden das Ganze in A.out finden. Es passiert halt einfach gar nichts. Aber wir haben keinen Fehler. Ist auch schon mal ein Fortschritt, ne? Oder nicht unbedingt ein Fortschritt, aber auf jeden Fall, was wir erreicht haben. Das heißt, es hat funktioniert. Yay. Jetzt ist es ein bisschen arg lame. Wir können damit weder irgendwie was ausgeben. Also wir können damit was ausgeben. Haben wir ja hier schon gemacht. Aber es ist nicht ganz so intuitiv. Es wäre viel einfacher, wenn wir damit in unserem C-Code richtig arbeiten könnten. Das heißt, wenn wir Werte einlesen könnten. Und wenn wir Werte ausgeben könnten, wieder aus unserem Assembler-Code. Und das können wir. Und das ist das Tolle daran. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir brauchen hier einen Doppelpunkt. Und ja, das mag weird sein für jeden, der schon mal C programmiert hat. Ist aber so. Wir wollen hier eingeben. Wir brauchen ein... Wir nehmen irgendein Register. Also ist gleich R. Und hier sagen wir sozusagen, ich möchte gerne meine Ausgabe von meinem... von meinem Assembler-Programm in das Register R reinstecken. Also irgendein Register. Wobei ich mir aussuchen kann, welches Register ich habe. Also ich kann hier zum Beispiel auch eingeben. Ich möchte es in A reinschreiben. Dann steht es am Ende in Register EAX drin. Ich möchte es in B reinschreiben, EBX, in C reinschreiben und so weiter und so fort. Kann ich machen. Muss ich aber nicht. Ich kann auch einfach sagen, nehm irgendein Register. Und das ist auch völlig fein für mich. Ich kann die Register sowieso nicht direkt so ansprechen. Und der Compiler optimiert dann im Hintergrund, welches Register ihr dafür nehmen könnt. Okay. Jetzt müssen wir noch sagen, was wir da reinstecken wollen. Oder wo wir das quasi... In welche Variable wir ausgeben wollen. Und das machen wir einfach mal in Output. Den wir noch nicht haben. Ich schreibe mir mal kurz einen Kommentar rein, damit ihr nachher auch wisst, was das ist. Der Output. So. Und jetzt kann ich auch noch sagen, ich möchte einen Input haben. Und das mache ich nicht mit ist gleich R, sondern einfach nur mit R. Und hiermit kann ich sagen, das ist jetzt das, was eingelesen wird. Und wieder in irgendein Register, was halt gerade zur Verfügung steht. So. Und jetzt kann ich hier eben sagen, ich möchte einen Number einlesen. Das ist mein Input. Und jetzt sollten wir das vielleicht noch auf eine Ebene kriegen. Hier. Wunderbar. Okay. Und das Letzte, was wir noch machen müssen, ist, wir müssen sagen, welche Register wir eigentlich benutzen. Das machen wir hier nach unserem dritten Doppelpunkt. Und Achtung, keine Kommata oder sonst irgendwas. Einfach Prozent EBX. So. Und das ist Used Registers. Okay. Wunderbar. So. Wenn wir das jetzt ausführen, werden wir gleich wieder unser schlimmes Erwachen haben, weil wir hier A erstmal Output und NUM vergessen haben. Das sollten wir zuerst mal schreiben. Ähm. Wir schreiben hier einfach mal in NUM. Ist gleich 42. Und wir wollen natürlich auch noch den Output definieren. Okay. So. Und jetzt kann ich das Ganze mal ausführen. Oder was heißt ausführen? Jetzt sehen wir hier, dass wir einen Fehler bekommen, wenn wir es kompilieren wollen. Da steht nämlich, Operantennummer fehlt hinter Prozentbuchstabe. Jetzt, was genau heißt das? Na ja, hinter Prozentbuchstabe, das bedeutet, wir haben den Fehler hier. Und das Problem ist, dass wir jetzt hier nicht mit den Registern so direkt arbeiten können, sondern wir müssen hier angeben, okay, ich benutze eins dieser benutzten Register. Also hier Prozent EBX ist einmal mein benutztes Register. Und um da drauf zugreifen zu können, muss ich mit Prozent Prozent arbeiten. Das heißt, Prozent Prozent EBX bedeutet so viel wie, ich möchte gerne in mein Register oder auf mein Register EBX zugreifen. So. Und jetzt funktioniert das Ganze. Jetzt wird zumindest kein Fehler mehr ausgegeben, aber es passiert halt immer noch nichts. Warum nicht? Naja, ganz einfach, weil wir hier nicht auf Register EBX unbedingt zugreifen, wenn wir den Input oder Output lesen. Zumal wir den Input sowieso überschreiben würden. Aber egal. Was wir hier machen ist, wir schreiben einfach nur eins ins Register EBX und dann schreiben wir zwei ins Register EBX. Da haben wir gar nichts davon. Jetzt wollen wir ja auf diesen Output und auf den Input zugreifen. Achtung, es kommt auf die Reihenfolge drauf an. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist, wir sagen, hey, wir wollen vielleicht auf unseren Input zugreifen. Also Prozent. Achtung, wir fangen bei 0 an zu zählen. Das hier ist Prozent 0, also ist das hier Prozent 1. Welches Register das genau ist, weiß niemand so genau, außer dem Compiler am Ende. Das heißt, wir wollen hier auf den Input zugreifen. Den schreiben wir in Register EBX rein und dann schreiben wir, was in Register EBX drin steht, in unseren Output rein, was Prozent 0 ist. Weil wir fangen wieder an zu zählen. Hier ist Prozent 0, hier ist Prozent 1. Also Prozent 1 wird in EBX geschrieben. EBX wird in Prozent 0 geschrieben, also in unser erstes verwendetes Register. Und das ist quasi die ganze Magie. Das heißt, jetzt habe ich sozusagen Assembler-Code, der auch wirklich irgendwas tut, den ich natürlich noch ausgeben muss. Ja, sorry. Wir sagen hier printf, will ich logischerweise haben. Und wir wollen ein Integer ausgeben, und zwar, welchen Integer wollen wir ausgeben? Natürlich Output, der am Anfang einfach nichts ist. Also quasi irgendwas. Und wir sehen, es ist 42. Wie haben wir das gemacht? Magie. Naja, eigentlich keine Magie, eigentlich Assembler-Code. Ziemlich komplizierter Assembler-Code, um zu sagen Output gleich Namen. Also, ja. Ja, aber ihr könnt damit jetzt hin und her hantieren, und das ist super cool. Da könnt ihr sehr gut irgendwie üben. Würde ich euch auch sehr stark raten. Und meine Hausaufgabe an euch besteht jetzt, nicht mal unbedingt da drin, zu sagen, was hier eigentlich gerade so passiert ist, oder da drin irgendwas Neues hier zu schreiben. Das könnt ihr einfach freiwillig machen. Sondern bitte, lest euch mal den Assembler-Code durch, der hiervon produziert wird. Das heißt, kompiliert das Ganze zu einem solchigen Assembler-Code und lest euch durch, was da gerade gemacht wird und staunet. Ja, und ich wünsche viel Spaß dabei und, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.